So, und wir sind zurück in der Buchblase, Teil 2 sozusagen, das hatten wir auch noch nicht, aber ich dachte mir, heute splitte ich die Sendung mal, weil ich den Eindruck habe, genau, ich habe den Eindruck, dass Horus und ich mit der angepeilten Stunde, die wir sowieso schon überschritten haben, da ein bisschen schief lagen, ja, wir geben unser Bestes, dass der Teil 2 jetzt hier nach 10 Minuten zu Ende ist, wobei ich glaube, ich verspreche, dass auch meine Bücher kürzer werden. Ach, immer diese leeren Versprechungen, ich verspreche, ich gelobe hoch und heilig, dass meine Bücher weiterhin genauso lang sind, wie sie sein müssen. Ja, genau. Meines Erachtens. Richtig. Nein, Quatsch, wir wollten, also wir haben gerade so ein bisschen über Strukturen gesprochen, über Schreibratgeber und sowas und jetzt in der Pause hattest du schon ein bisschen angefangen zu sprechen, auch über den Dialog mit deinem Lektor, der Jazzer ist, das war so eines der letzten Themen noch im letzten Teil und es ging halt auch viel um Weglassen. Ich kenne das aus der Studio-Zeit sozusagen, das ist so ein Spruch von einem Produzenten, den ich auch sehr schätze, Rick Rubin heißt der, weiß nicht, ob der dir was sagt. Und der hat mal gesagt, Produce, also musikalisch produzieren, ist Reduce, also Weglassen. Je mehr du weglässt, desto mehr ist A, Interpretation, in der Musik auch wichtig, Tightness, also 20 Instrumente wirklich, wirklich synchron zueinander spielen zu lassen, ist super schwierig. Mit dreien geht es vielleicht noch und die Wirkung ist ungleich größer. Also ein einfaches Schlagzeug-Pattern. Hast du nichts mehr als überproduzierte Musik? Ja, wo du halt auch so denkst, ja okay, dann haben die so wieder drei Sekunden eingespielt, dann das nächste Stück, dann haben wir es aneinandergereiht und dann fett Kompressor ohne Ende drauf, damit das halt noch nach Musik klingt. Nein, also das ist, man kann auch mit einer hohen Dynamik, also wo auch mal leise und nicht nur die ganze Zeit laut gespielt wird und einfach Leute, die Spaß dran haben, dann haben wir wieder das Thema, miteinander Musik zu machen. Das ist, was man hört und das ist auch das, warum man sich das meines Erachtens anhört. Beim Schreiben genau dasselbe. Doch, ich wollte dir nicht das Wort aus dem Mund nehmen, Spaces wäre mal noch dein Stichwort jetzt. Richtig, Spaces. Ich finde, alle Künste brauchen eigentlich Raum zu atmen, ob es Musik ist, ob es Bücher sind, die brauchen dieses. Dieser Begriff der Spaces, der kommt von Miles Davis. Er stammt nicht von ihm, man hat ihn quasi in den Mund gelegt. Er hat aber gesagt, dass es eigentlich wichtig ist, die Dinge, die man weglässt, machen das Stück aus. Und er hat ja reichlich weglassen, auch Raum gegeben. Und das haben andere, die ihn dann interpretiert haben, eben Spaces genannt. Spaces sind Sachen in der Musik, wo du zum Beispiel deinen Teil weglässt und die Erachtungshaltung des Zuhörers erst mal spielen lässt. Dann kommt irgendwas. Ich finde, das gibt es aber genauso auch in der Literatur. Denn wenn du keine Spaces lassen würdest, um es mal ganz extrem zu interpretieren, hättest du nur noch Show, 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 Show. Und zwar alles würde gezeigt. Und ja, dieses Ding mit dem Show, Show und Tell hat durchaus seinen Grund, meistens um Leuten zu zeigen, die es gerade einsteigen, was sie nicht machen sollen. Weil sie es dann halt übertreiben. Und vielleicht ist der Grund, hat das eher mit Spaces zu tun, weil grundlegend als so ein Ding, du musst das so machen. Erst mal ist das beim Schreiben grundsätzlich schwachsinnig, muss gar nichts als Autor. Genau, ich kann irgendwann feststellen, dass ich falsch lag, aber erst mal müssen tue ich gar nichts. Und genau das Show, Don't Tell ist auch kein Muss. Man sollte verstanden haben, das wollte ich selbst gerade Muss sagen, man sollte verstanden haben, was damit eigentlich gemeint ist. Nämlich, dass es eindringlicher ist, zum Beispiel eine Figur zu charakterisieren, indem man beschreibt, was sie tut, auch was sie wiederholt tut. Und man kann, und jetzt der Witz, man kann auch tellen, also erzählen, was sie wiederholt tut und damit showen sozusagen. Anstatt einfach zu sagen, er war ein furchtbarer Säufer, der auch gewalttätig war. Nein, dann steigst du halt in eine Szene ein, wo er gerade besoffen ist und seine Frau verprügelt. Was bleibt wohl mehr hängen? Aber das ist jetzt, das ist halt, naja, es lässt sich halt leichter verpacken in drei Worten. Das ist halt das Problem. Und dann geht halt aber auch viel Weisheit verloren dabei. Und es geht nach hinten los, weil es ist eine behauptete Eigenschaft. Wenn sie sich nicht im Charakter widerspiegelt, hast du dann eine Glaubwürdigkeit gegenüber dem Leser verloren. Ich sage, für mich ist es eine Dosierungssache. Es gibt meiner Meinung nach nicht nur dieses Show, Tell, sondern es gibt nur eine dritte Stufe für mich, die ich einfach Evoke nenne. So implizieren sozusagen. Genau. Das heißt, du, ja, das hat wieder mit Spaces zu tun. Du schaffst die Lücke, die der Leser füllt. Du setzt das Pünktchen und die Pünktchen, die den Leser weiterspinnen lassen, das Bild ergänzen lassen. Genau. Das ist zum Beispiel auch ein Ding. Oh, du, oh mein Gott, sagte er, als er das und das sah. Aber du beschreibst nicht, was da ist. Ja. Das ist ein ganz plattes Beispiel. Das ist ein ganz plattes Beispiel. Also, falls jetzt die Leute ein bisschen raus sind auf der Theorieschiene, man kann es sich auch ganz gut vorstellen. Nehmt euch einen brutalen Thriller oder einen Krimi her. Ja, jetzt kann man halt eins machen. Man kann zum Beispiel ausführlichst bildhaft beschreiben, was da genau passiert, also was der Täter dem Opfer antut. Ja. Man kann zum Beispiel aber auch nur die Reaktion des Opfers darstellen und nicht einen Satz drüber verlieren, was dann passiert. Man kann auch Reaktionen anderer Menschen auf das, was sie dann davor finden oder sonst. Also, man kann es auf eine Art und Weise machen, die im Kopf des Lesers ein Bild erzeugt, das aufgrund seiner Unpräzision tausendmal schrecklicher ist als alles, was du als Autor schreiben kannst. H.P. Lovecraft, der Schrecken des Unbekannten. Das ist ja genau der Punkt. Es wird halt witzlos, wenn du, wobei ich das auch habe, so einen kleinen Plüsch-Cthulhu in der Ecke stehen hast. Der ist ja nicht mehr furchteinflößend. Aber wenn du einfach nur noch die Reaktion des Protagonisten auf, er sieht etwas, das er überhaupt nicht ansatzweise fassen kann, ergo kann es der Autor auch nicht beschreiben. Ergo gehört da einfach ein riesen Space hin, wo einfach nur die Reaktion sichtbar ist und du checkst, okay, da sieht gerade ein Mensch etwas, das für menschliche Gehirne nicht geschaffen ist. Mehr kann man auch gar nicht dazu schreiben, weil ab dann wird es wieder mindernd. Dann wird der Effekt immer weniger. Ich habe, mir fällt ein, dass ich sowas, ich habe das gerade im letzten Band, habe ich das gemacht, ich spoilere jetzt gewaltig, aber ich glaube, das ist nicht ganz so viel verraten. Guckt euch keiner den Podcast. Ich habe eine Szene, wo es, wo es, Entschuldigung, wo es eine Gräueltat gibt, die ich nicht beschreibe, sondern nur beschreibe, wie der Held in den Graben kotzt. Ja, das ist ja auch eine Reaktion. Und seine Leute dann darauf reagieren, die um ihn herum sind. Ja. Und wenn du den Held gut vorbereitet hast, dann weißt du auch, dass das, wenn es ein hartgesottener Typ ist, der trotzdem, dass er hartgesotten ist, bei so einem Anblick jetzt Brechreiz verspürt, dann weißt du, dass das schon heftig ist. Und, by the way, ich finde es halt auch deutlich geschmackvoller, auch im Thriller und im Krimi. Du kannst die Kamera draufhalten oder du kannst kreativ sein, wie du deine Schnitte machst. Ob die Kamera nur bis zum Fuß der Leiche geht und dann die Leute siehst in ihrer Reaktion darauf oder sonstige Sachen. Oder einfach nur irgendwo so ein kleines, gruseliges Detail, das sich den Rest ergänzen lässt. Und es muss ja nicht nur gruseliges sein. Für Dialoge funktioniert das auch prächtig. Und deswegen auch bei Romance, ich meine, das ist halt, muss man ein bisschen gucken, wie die Genreanforderungen sind. Weil es gibt so Bereiche von Romance zumindest, da ist das explizit gewünscht, dass man das alles ausführlich darstellt. Wo ich mich halt auch frage, warum haben die Leser keine Fantasie? Haben die selbst noch nie Sex gehabt mit 40 Jahren? Schade. Das wäre dann sehr bedauerlich. Aber es gibt ja Menschen, die das vielleicht freiwillig, vielleicht unfreiwillig, die das nicht interessiert. Zulibatär leben oder auch. Bücher lesen drüber. Ist ja auch egal. Aber der Punkt ist. Wie auch immer. Es gibt die verschiedensten Daseinsformen. Genau, genau. Und auch da ist es, was aber das Entscheidende ist, glaube ich, bei dieser ganzen Sache mit den Spaces, oft ist es wirkungsvoller wegzulassen, als was auch immer du schreiben kannst, ist dann in dieser Situation nicht im Ansatz so gut, wie gar nicht zu schreiben. Und das heißt, das beste Buch ist das, was du überhaupt nicht erst anfängst. Und damit endet auch die Sendung, weil wir haben gerade unseren Cent-Status erreicht. Und schreibe einfach nicht mehr, weil besser kann es eh nicht werden, als das nicht geschriebene Buch. Nein, das wäre jetzt die Konsequenzen ein bisschen zu weit geführt. Aber im Einzelfall, in der Szene, im Dialog, in der Beschreibung, gerade in der Beschreibung, das ist ja überall. Wenn du einen Menschen beschreibst und es ist wichtig aus irgendeinem Grund für die Handlung, dass man ihn später wiedererkennt, dann beschreibst du doch nicht 50 Kleidungsmerkmale, die du an einem Menschen locker finden könntest, sondern eins. Der Typ mit dem roten Basecap auf oder was auch immer, dann weiß jeder Bescheid. Dann erkennt den auch jeder wieder. Plus es charakterisiert die Point-of-View-Person. Was fällt da gerade auf? Das sind auch nur so kleine Sachen, die dann halt so mit reinspielen, wenn man sich damit befasst und feststellt, ey, das ergibt ja alles Sinn, auch auf mehreren Ebenen. Und im Endeffekt, das ist halt auch wieder wie mit Plotten oder Nicht-Plotten, es gibt zwei Wege, sich dessen zu nähern. Der eine ist das halt zu lernen, dann in der Anwendung zu sehen, zu verstehen und zu sagen, ah, okay, alles klar. Und der andere ist, dass einfach durch viel Schreiben und Lesen selbst so zu erfahren, dass man vielleicht effizient schreibt, ohne selbst zu wissen, warum man jetzt in dem Moment effizient schreibt. Und ich glaube, ein Weg der Meisterschaft ist, beides zu verknüpfen. Einerseits in der Lage zu sein, das Unterbewusstsein vollkommen frei losgaloppieren zu lassen, andererseits sich das dann aber anzugucken und zu wissen, was man da getan hat. Und das ist schwieriger, als es klingt, glaube ich. Manche Leute haben niemals Klavierunterricht gehabt und setzen sich einfach an ein Piano und haben es durchs Hören gelernt, indem sie anderen Leuten zugehört haben. Wer war das? Ich weiß nicht. Ich kann sagen, ich total falsch liege. Reed Charles oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwas geistert durch meine Erinnerung, was ich in den letzten Tagen gehört habe. Ich kann es aber nicht wirklich zuordnen. Irgendjemand von den ganz Großen, der sich einfach nur ans Piano gesetzt hat und zugehört hat und es gemacht hat. Also ich weiß, dass viele Musiker das damals so gemacht haben, dass sie so, die haben halt ein Instrument gehabt. Mitunter auch grotesk, weil sie Anwendung nicht kannten. Also Dick Dale zum Beispiel, der Erfinder der Surfgitarre, der hatte die, ich weiß nicht, ob du die Musikrichtung Surf kennst, so aus den 50ern, des letzten Jahrhunderts und Jahrtausends. Der war begeisterter Surfer und wollte diesen Sound nachahmen, den du hast unter so einer großen Brecherwelle da, wenn du da surfst. Und er hatte halt irgendwoher eine Gitarre vom Dachboden gehabt und sein Onkel war so Ukulele-Spieler. Also etwas, wo du so diesen, man beachte meine zitternde Hand, das ist jetzt kein Tremor, sondern das sollte das Plektrum sein, was so zeigt, wie schnell das gespielt wird. Und der hat das einfach auf das Instrument übertragen. Hat die Gitarre dabei auch noch falsch rumgehalten, weil ich glaube, der war Linkshänder und hat eine Rechtshänder-Gitarre da gehabt oder andersrum. Bei Jimi Hendrix war es ähnlich, der hat die ja auch rumgedreht. Und diese ganzen kleinen Sachen, wo man in heutigen Zeiten halt einfach sagt, hä, ich gucke einfach bei YouTube, wie macht man das und dann mache ich das nach. Und ich finde das gefährlich. Das ist wieder das Thema KI, weil dann kommen wir halt alle in diesen Trott rein. Und ja, jeder weiß, wie man Gitarre zu spielen hat. Und dann gehst du ein bisschen in die Vergangenheit zurück, wo all die Leute, die man heute versucht nachzuahmen aufgrund ihres Sounds, die es halt überhaupt, also nicht, dass sie keine Ahnung hatten, aber so initial, wie sie zu dem Instrument gekommen sind, auch Marc Knopfler oder so, der hatte halt kein Plektrum oder fand das blöd oder was und hat einen völlig eigenen Gitarrenstil entwickelt. Der hat eben auch keine YouTube-Videos gezeigt. Und das Ding ist, wenn du dann angefangen hast und trotzdem dranbleibst und denkst, also irgendwie hat das, was ich mit dem Instrument hier mache, ist irgendwie cool. Ja. Und dann gehst du halt her und sagst ja jetzt, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Skalen? Und ah, und da ist die Theorie. Und ach klar, und wenn ich den akkord, passt das dazu? Ja, stimmt. Aber die haben alle da zumeist auch vorher schon eine umfangreiche Zeit hinter sich, wo sie einfach nur Schallplatten langsamer gedreht haben und versucht haben, die Töne durch Vergleichen zu finden. Und was schufst du dabei? Dein Gehör. Und das ist irgendwann so gut, dass du halt nicht mehr nachdenkst. Du hörst irgendeine Melodie, spielst sie nach, bumm, einfach so. Und so möchte ich gerne schreiben können. Genau auf diesem Niveau. Das ist total lustig, weil ich kann nicht mit zehn Fingern schreiben, tippen. Okay, wie machst du das? Zeig mal. So? Ich gucke. Nein, ich schreibe tatsächlich mit allen zehn. Ich gucke nicht hin. Ich könnte dir aber nicht sagen, wo die Tasten liegen. In dem Moment, wo ich hingucke, bin ich total verwirrt. Ich habe einfach so lange getippt und indem ich hingeguckt habe, irgendwann habe ich gemerkt, hey, du guckst ja gar nicht hin an irgendeinem Punkt. Und ich schreibe blind, nur ich kann dir nicht sagen, wo die Tasten liegen. Ja, na, das ist genau. Andere, die lernen es halt, die haben hingeschaut und lernen dann, müssen sich dann disziplinieren, nicht mehr hinzuschauen, damit sie dann das machen. Und du hast halt diese erste Ausprobierphase direkt blind gemacht. Ja, auch wieder Zeit gespart. Finde ich super. Ich habe immer noch ein bisschen, ich habe unglaubliche, also ich schreibe sehr unsauber. Ich vertippe mich super oft. Ich habe dauernd ein guter Reha drin, so diese EI und IE. Ja, ja. Mache ich doch ein Dreher oder so ein Zeug halt. Ich habe vor zehn Jahren oder so, als ich dann schon eine Weile schrub, also vielleicht so ein Jahr oder zwei, mir gedacht, Mensch, wenn du das mal noch eine Weile machst, dann kannst du irgendwann komplett sauber blind schreiben. So fehlerlos praktisch. Das Wort ist im Kopf und auf dem Papier. Nee, habe ich bis heute noch nicht. Ich schreibe mal noch zehn Jahre und gucke, ob ich es dann vielleicht kann. Du, wollen wir noch ein bisschen über Fantasy sprechen? Ja, können wir machen. Gerne. Zwei Themen hatte ich dazu ein bisschen. Oder dein Verraum zum Teil, ja. Ach, ich bin noch, komm, gegenüber dir bin ich doch blutigerer Fantasy-Anfänger hier mit vier Bänden, die jetzt raus sind. Ich bin absolut kein Fachmann. Wenn ich so Leute erzählen höre, die wirklich über Fantasy Bescheid wissen, Mann, der Moorcock hat, ich sehe es geschrieben, Michael Moorcock darüber, da merkst du, der hat ein immenses Wissen über einerseits Fantasy und andererseits über allgemeine Literatur. Da kann ich also wirklich nur blass und ehrfürchtig vor zurücktreten. Ich weiß so ein bisschen das, was ich gelesen habe und was ich mal erfahren habe und das ist es. Vielleicht rede ich auch Unsinn irgendwann. Ja, also ich hoffe, ich hoffe, damit man dann später in den Kommentaren irgendeinen Klugscheißer kommen kann und sagen, ja, das war aber nicht 1974, das war schon 1973 und du kennst dich ja überhaupt nicht aus. Und wieso schreibst du überhaupt Bücher? Was machst du dir an? Bis jetzt haben wir noch nicht einen Hasskommentar im gesamten Podcast gehabt. Ich glaube, irgendwas machen wir falsch. Wahrscheinlich haben wir einfach viel zu geringes Publikum und die, die wir haben, sind halt nicht komplett strunzdumm. Und das ist doch schon mal schön. Nein, aber davon abgesehen, ich, mir ist aufgefallen, du hast über 30 Fantasy-Romane, weit über 30 Fantasy-Romane draußen. Ist das erstmal korrekt? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe nicht nachgezählt. Ich habe ja irgendwann nochmal eine Neuausgabe gemacht, habe komplett alle vom Markt genommen, habe die zusammengefasst, lesbarer gemacht. Ich weiß gar nicht nach welcher Zählung. Aber an 30 werden es, an die 30 werden es sein, um die 30. Ja, wir sind so im richtigen Ballpark, wie man so sagt. Also ich liege jetzt nicht hier in Größenordnung verkehrt. Was hat dich eigentlich bewogen? Wieso Fantasy? Du hast gesagt, du hast mal kurz auch so Chiclet und sowas, aber es klang jetzt nicht nach einem länger geplanten Ausflug, sondern an irgendeinem Punkt war für dich von Anfang an klar, wenn ich schreibe, schreibe ich Fantasy? Oder wie ist das gekommen? Wieso Fantasy? Ja. Schwierig. Ich hatte angefangen zu schreiben. Das erste, was ich geschrieben habe, war Science-Fiction. Und in der Phase habe ich noch gar nicht irgendwo dran gedacht. Und Seth Burlishing war da irgendwo bei mir gar nicht so ein Bewusstsein. Ich habe es versucht bei Agenten und Verlage. Und da kam eben raus, Science-Fiction ist gerade gar nicht angesagt. Welches Jahr war das ungefähr, wenn ich fragen darf? Ach, so um 2010, 2012 rum. 2012 war es rum. Die Zeit halt. Kann ich bestätigen. Bist du in den Buchladen rein, musstest du nach Science-Fiction fragen, definitiv. Ja, genau. Habe ich angefangen Fantasy zu schreiben? Oder habe eines Tages einfach mal... Ich habe Jahrzehnte keine Fantasy mehr gelesen. Da mich das einfach total angeödet und angekotzt hat. Auf dem ich mir die Klappentexte anguckte. Und ich hatte da irgendeinen Knaben drauf. Oder eine dunkle Herrscherin, einen dunklen Herrscher. Oh, da hin, komm, ins Regal zurück, bitte. Ja, das war eine Zeit lang, hatte ich den Eindruck, so 80er, 90er Jahre war das irgendwo nur so ein Rehash von Herr der Ringe und der neunte Abklatsch und der fünfte Abklatsch vom neunten Abklatsch. Und immer wieder die gleiche Kacke, darf ich sagen. Als wäre man abgespült. Wie auch immer. Also wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, wir waren ja vorhin bei Struktur. Ich gebe mir mal einen Versuch, das ungefähr zusammenzufassen. Weil ich bin da absolut bei dir, 80er, 90er. Aber du musst dich so durch die Bücher durchwühlen, bis du mal eins hast, was halbwegs originell ist. Das ist wirklich nicht mehr feierlich gewesen. Aber basically ist es immer ein kleiner, in irgendeiner Art und Weise eher nicht mächtiger Figur. Zieht halt los, hat einen Auftrag. Und nur dieser Auftrag kann dafür sorgen, dass das mächtige Böse, was gerade wieder über die Welt schwappt, halt zurückgehalten werden kann, davon die Welt erneut zu beherrschen. Und das ist halt Herr der Ringe in Rheinkultur. Und der Rest sind so Versatzstücke. Und ja, es wurde sehr schnell sehr langweilig in dieser Zeit. Oder du musstest halt lange suchen. Und ja, okay, also bin ich absolut bei dir. Es gab diese Sachen tatsächlich, habe ich nachher im Nachhinein entdeckt. Aber sie waren halt schwierig zu finden. Also, ja, wie war das damals? Dann habe ich halt Science Fiction geschrieben, habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, Fantasy, 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 Fantasy. Habe dann irgendwann mal so einen Ansatz gemacht, wie müsste denn Fantasy aussehen, die dir gefallen würde. Habe ich angefangen zu schreiben. Ja, und mitten im ersten Buch habe ich dann entdeckt, oder war ich schon in der Mitte von der Trilogie, habe ich dann entdeckt, es gab noch ein paar andere, die das irgendwie gemacht haben. Das waren dann so die Leute wie Abercrombie, Scott A. Becker, Glenn Cook noch vorher. Der war nämlich in den Achtzimmer. Der hatte nämlich diese Vorlage geliefert. Der war damals total verkannt oder einigermaßen verkannt. Die Cracks kannten ihn und die haben dann nachher auf ihn zurückgegriffen und haben sowas gemacht wie er. Eigentlich hat es auch schon Michael Moorcock angelegt. Dann habe ich also entdeckt, das ist tatsächlich so eine neue Welle. Richard Morgan, ganz bestimmt nicht zu vergessen. Dass es schon so eine Welle gibt, die einfach da irgendetwas Neues machen will. Und da habe ich mich dann sehr wohlgefühlt. Man hatte so ein bisschen den Eindruck. Ja, die machen schon das, was ich auch machen will, schon eine ganze Zeit. Und dann konnte ich mich in dieser Umgebung wohlfühlen auch. Dann habe ich Fantasy geschrieben halt. Kannst du das ein bisschen beziehen? Ich hatte ja mal so beispielhaft umrissen, was so die 80er, 90er Aufguss von Herr der Ringe Sache, was das so im Wesentlichen beinhaltete. Ich höre so ein bisschen raus, Grimdark, etwas, was vielleicht manchen Hörern jetzt absurd erscheinen mag, realistischere Fantasy. Ja, genau. So härtere, düstere Sachen, wo auch der Held nicht so ein entlehnter Märchenprinz ist, der im Endeffekt, oh ja, da hatte man ein Hindernis und so, aber es ist schon klar, der wird am Ende auf jeden Fall da durchkommen, dass das Böse besiegen muss, sich da auch moralisch in keiner Art und Weise verbiegen und so. Also wie es ja auch zum Beispiel im Krimi war, bevor es Hardboiled und Noir gab, war ja der Detektiv, der war ja reine Blüten, reine Weste, der hätte ja nie, auch nur am Ansatz. Und dann war halt die Damsel in Distress, wobei das auch ein Noir-Trope ist. Ja, und dann hat er halt den Fall gelöst, der Verbrecher war die ganze Zeit böse, der hatte auch keinerlei moralische, sagen wir mal, Rechtfertigung für das, was er getan hat. Und dann kamen halt diese grauen Charaktere und genau das Ding, ich habe es immer so ein bisschen aufgefasst, als diesen Autoren, die du gerade genannt hast oder denen davon, die ich halt kenne und auch gelesen habe, ging das genauso auf den Sack. Und nichts gegen Herr der Ringe, das Granddaddy aller epischen Fantasys, das haben wir schon begriffen, aber man muss es ja nicht zum tausendsten Mal wieder aufkochen. Und denen ging das, glaube ich, ähnlich auf den Sack und das Bedauernswerte ist, dass aufgrund der Strukturen damals, die es leider oftmals nicht zum großen kommerziellen Erfolg geschafft haben in der Zeit, je nachdem, wie lange sie das dann noch weitermachen konnten. Und für mich kam dann der nächste große Push in diese Richtung, wo ich wirklich gedacht habe, Alter, jetzt reden wir von Fantasy, da bin ich dabei. Das ist, wo ich wirklich ein Buch aufschlage und nicht weiß, was mich erwartet. Also, was weiß ich, Mittelalter-Setting, wo aber die Menschen so eine Art Vertrag mit den Dämonen haben und wenn du den Bannkreis falsch zeichnest, dann löscht er halt dein ganzes Dorf aus. Und das ist aber da der Alltag, so steigst du in die Geschichte ein und so, was wirklich sehr weit weg ist von Peter Brett, glaube ich, rede ich jetzt. Ah ja, okay, ja, ja, ja. Warned, irgendwas, Warned. Ich habe, glaube ich, ein Buch angefangen von ihm. Ich bin nicht weit gekommen, weil das war mir zu jugendlich irgendwo geschrieben. Ich glaube, der Protagonist ist ein Jugendlicher tatsächlich. Vielleicht hätte ich dem mehr Chancen geben sollen. Einige stehen total drauf, ja. Ich fand es halt einfach zu der Zeit eine super originelle Geschichte. Es hat mich fasziniert, so die Idee dahinter, wobei ich auch jemand bin, der sagt, Worldbuilding sollte niemals Vorgang vor Storytelling haben. Ich bin da wegen der Geschichte, die den Figuren passiert. Und wenn das für dich effizient ist, dann kann das von mir aus auch in Mittelerde spielen. Nur erzähl mir bitte nicht die Geschichte von Frodo, die kenne ich nämlich schon. Also, das war nur so ein Beispiel. Oder nehmen wir halt George R. R. Martin. Das ist ja auch ein Ding gewesen, das ist auch wieder aus Versatzstücken anderer Literaturgattungen irgendwie so zusammengewachsen. Aber er hat halt wirklich auf eine, also ich rede jetzt von Eis und Feuer, er hat ja auch schon vorher so ein, zwei andere Romane geschrieben. Leichte Untertreibung. Aber wo man halt so merkt, okay, hier passiert jetzt wirklich was. Und ich glaube, viel davon ist aus dem Self-Publishing, gerade auch aus dem amerikanischen Self-Publishing gekommen von Leuten, die gesagt haben, also auf das habe ich keinen Bock. Die Autoren, wie du sie zum Beispiel gerade genannt hast, die finde ich viel cooler. Und sowas probiere ich jetzt auch mal. Eben nicht dieses alteingesessene Ding. Und das hat dann wiederum auch so nach und nach zumindest amerikanische Verlage dazu gebracht, das auch einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen, was, also damals, ich meine, heute ist Self-Publishing auch nicht gerade eine kleine Öffentlichkeit, speziell in Amerika. Und Deutschland ist übrigens der drittgrößte Markt auf der Welt, by the way. Das wusste ich bisher auch nicht. Deswegen sind die Amerikaner ja auch alle so interessiert an Übersetzungen auch. Ja, aber ich denke mir, in Amerika war es so, dass die kleinen Verlage auch, ein kleiner Verlag in Amerika, Peer, ich weiß gar nicht, ob die so ausgesprochen wird, P-Y-R, die haben ja auch den Abercrombie zuerst gebracht und solche Sachen. Ah ja, das wusste ich gar nicht. Und die haben sich mit solchen Fringe-Sachen beschäftigt und haben Leuten eine Chance gegeben. Ich fand das damals auch super interessant. Aber auf der anderen Seite zum George R. R. Martin, da gibt es für mich eine klare Genealogie, die geht vom Glenn Cook. Über den Ted Williams, der Ted Williams, Elfenbein-Thron und so und so. Und dann eben von da geht die zu Abercrombie und diesen Leuten. Die haben jeweils immer den anderen aufgesetzt und auf den anderen aufgesetzt. Auf den Schultern von Riesen quasi oder auf den Schultern von recht absonderlichen Wesen, die nicht ihre Zeit passen, auch sich dann etabliert haben. Den Spruch finde ich viel cooler. Aber viel, viel cooler. Ich stehe auf den Schultern von absonderlichen Wesen. Wer auch von Lovecraft kommen könnte. Der tat das in der Tat. Ja, das stimmt. Ja. Cool, ja. Okay, das ist da. Und ein anderer Aspekt, den du genannt hast, den fand ich auch super wichtig, dass man irgendwann so denkt. Weißt du was, ich schreibe es halt selbst. So, weißt du, das war für mich auch der Einstieg. Ich hatte Bock auf eine Geschichte und ich habe halt nichts gefunden im Buchladen, das dem entsprach, worauf ich jetzt in dem Moment gerade Bock hatte. Und ich habe gesagt, weißt du, das schreibe ich halt selbst. Und ich glaube, man geht ja auch nicht, also zumindest war das bei mir nicht so, noch bevor ich das erste Buch schreibe, da denke ich doch nicht über meine Schriftstellerkarriere nach oder ob ich das Buch überhaupt mal rausbringe. Ich schreibe das halt erst mal. Das mache ich grundsätzlich mit allem, was ich anfange, bevor ich das irgendjemandem präsentiere in der Öffentlichkeit oder sonst wie, sehe ich erst mal zu, dass ich ein Ergebnis habe, über das sich dann auch zu sprechen lohnt. Ausnahme, der Elf der Edel- und Steinroman, den habe ich praktisch, also während ich ihn geschrieben habe, mich bei YouTube dann jeden Tag danach gefilmt und kurz gesagt, was habe ich an dem Tag gemacht. So ein bisschen, dass man mir da mal über die Schulter schauen kann. Aber die Videos habe ich auch erst rausgebracht, als Band Elf längst veröffentlicht war, weil wäre das halt total schiefgegangen. Und wie gesagt, mit meiner Methode ist es ja durchaus auch möglich, dass das Buch halt überhaupt nicht zu Ende geschrieben wird. Wäre das passiert oder irgendein anderer Major Fuck-up, dann hätte ich halt immer noch die Möglichkeit gehabt, das nie zu veröffentlichen. Ich finde aber, ich finde das sehr einschränkend, sich selbst gegenüber, wenn man über Dinge, also über ungelegte Eier erzählt. Weißt du, was ich meine? Nein, dass man so sagt, du, ich schreibe jetzt ein Buch und in zwei Jahren wird es bestimmt auch fertig sein. Und ich poste täglich aber schon mal bei Social Media drüber, wie ich mich darauf vorbereite. G.S. Forster hat es so gemacht, aber auch der hatte da schon zwei Bücher fertig. Muss man auch wissen. Finde ich deutlich schlauer als... Ich habe bei der jetzigen Serie, habe ich quasi ein Tagebuch gemacht über das Plotten und das Planen. Das fand ich auch total interessant. Habe ich mitbekommen. Wie hast du das veröffentlicht? Ich habe nur deine Posts dazu gesehen auf Social Media. Ich habe es auf Threads gemacht und ich habe es dann auf Facebook, habe ich es dann rüberkopiert. Bei Instagram nicht, weil die immer alle Bildchen haben wollen und das war halt nicht so bildchenlastig. Da habe ich nur, glaube ich, ein oder zwei davon gemacht. Ich wollte eigentlich das weiterführen mit dem Schreiben, so wie du das gemacht hast. Jetzt irgendwo nicht mit Videos, sondern da bin ich halt zu faul. Ich habe halt mal Bad Hair Day oder keinen Bock oder kann mich selbst nicht sehen. Daher gibt es diese Kappen wegen Bad Hair Day. Ja, auch bei der weichenden Haarlinie. Kappe läuft. Ich wollte das jetzt weitermachen mit dem Schreiben, aber dann habe ich irgendwo festgestellt, ich hatte nichts zu sagen. Das wäre für die Leute so langweilig gewesen. Ja, ich habe heute wieder was geschrieben. War eine interessante Szene, hat sich ganz anders rausgeschrieben. Oh, die war klasse. Das wusste ich. Das habe ich dann irgendwann im Post gemacht. Nee, Schreiben ist ganz anders. Da versinke ich in meiner Geschichte. Da sind wir wieder bei den Mitgliedern einer Band. Dieses Bandmitglied in meiner Band, das eine Story plottet, ist total extrovertiert. Der macht auch das Marketing und so Zeug. Der macht auch die Interviews. Der Typ ist das. Und der, der es schreibt in meiner Band, den ich als Keyboard gefesselt habe. Der sitzt im Keller und sieht nie Tageslicht. Der ist ein introvertierter Typ, der ist mich selbst zufrieden. Der geht auch nie auf die Tanzfläche. Der hört sich die Band an und tanzt mir so innerlich. Und ja, nee, ich hatte nichts dazu zu sagen. Ich hatte einfach, der Typ, der schreibt, hatte Spaß und ja, so ist das. Stimmt, es ist halt auch ein Job, der nicht, also der von außen eher unspannend aussieht. Und ich habe auch jetzt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das nochmal mache. Also ich habe da halt mich selbst quasi 19 Tage lang oder sowas begleitet. Weil ich einfach auch mal wissen wollte, halte ich das aus, kann ich das machen, dass ich jeden Tag ein Video drehe und trotzdem weiterschreibe oder komme ich da irgendwie in Konflikte. Aber das ist ein Ding, das mache ich halt einmal oder das habe ich jetzt einmal gemacht. Und da habe ich auch keinen Bock auf Wiederholung. Weil der wirklich spannende Teil, und das kann ich auch in den Videos nicht vermitteln, der findet genau in dem Moment statt, wo kein Mensch zuguckt, wo ich da sitze und das alles in meinem Kopf halt ist. Deswegen ist das auch immer, ich bin auch so ein bisschen skeptisch, was die Social Media Präsentation von Autoren und so betrifft. Es sieht von außen einfach stinkt langweilig aus. Und wenn du nicht gerade sowas schreibst wie einen Rechercheintensiven historischen Roman oder irgend sowas in der Art, wo du halt wirklich sagen kannst, also Leute, ich nehme euch heute mal mit an den Schauplatz, wo das passiert ist. Da war 1815 die Schlacht von Hastings, wahrscheinlich war die 15, also jedenfalls ganz wann anders. Ich habe keine Ahnung von Geschichte, dafür kenne ich aber Greg Walters. Und wenn ich eine Geschichtsfrage habe, rufe ich den an. Und dann hat der immer sofort für mich Zeit. Der ist nämlich Geschichtslehrer und erklärt mir das. Nein, Quatsch, aber dass du halt wirklich über das Schreiben selbst, ich habe auch die Empfehlung damals vom Verlag immer so bekommen, ja, da musst du podcasten und über das Schreiben posten. Und die Leute wollen das Wissen so hinter den Kulissen. Und ich sage, also hinter den Kulissen eines Schriftstellers ist ja wohl das langweiligste überhaupt. Es sei denn, du bist Dan Brown und fährst halt wirklich durch die halbe Welt und guckst dir Sixtinische Kapelle an, um das dann irgendwie in deinem Buch zu verwursten. Aber das, so schreibe ich halt nicht. Also meine Bücher sind in meinem Kopf. Da fahre ich nicht nach irgendwo hin und gucke mir das da an. Entweder weiß ich genug drüber Bescheid, dass ich kompetent drüber schreiben kann oder der Ort taucht nicht auf bei mir. Ich habe auch irgendwie den Verdacht oder mehr oder den begründeten Verdacht, dass Social Media gar nicht so wichtig ist. Sag bloß. Ja, tatsächlich. Bin ich total bei dir, ja. Ja, ich mache das. Ab und zu habe ich Lust darauf. Und dann nehme ich mir vor, okay, ich würde das jetzt jeden Tag machen, aber das vergesse ich dann schnell. Weil einfach andere Sachen interessanter sind. Und Sachen auch, die muss ich nicht jeden dran lassen. Ich habe auch gerne mal meine Privatsphäre. Und wenn ich da was zu sagen habe, dann trete ich an die Öffentlichkeit. Und dann erzähle ich das. Und ich hoffe, dass das dann in dem Moment auch interessant ist. Dabei, wo wir hier gerade so quatschen, merke ich einfach, tatsächlich hätte ich, sorry, jetzt hole ich mal selber das Ding raus, tatsächlich hätte ich eine ganze Menge zu erzählen. Und dabei sind ganz viele, würden auch ganz viele Posts rauskommen. Aber ich will mich dazu nicht zwingen. Muss man jeden Gedanken aussprechen? Muss man allen eine Meinung haben? Ich finde das gerade für Autoren auch eher, ich würde mir das echt mehrmals überlegen, wie viel Zeit und Energie ich in sowas reinstecke. Weil es ist ja auch wie Mini-Storytelling. Und ich verdiene aber keinen Cent damit, wenn ich Mini-Storytelling auf Instagram mache. Ich erreiche meine Leser auch nur sehr bedingt. Und ich sage immer, wenn du da Spaß dran hast, alles cool. Wenn du am Social Media mehr Spaß hast als am Schreiben, dann wirst du halt Influencer. Ist ja auch okay. Ist doch keiner verpflichtet, irgendwas zu tun. Aber ich finde, es wird oft so ein bisschen fälschlich die Meinung verbreitet, dass man als Autor an tausend Fronten gleichzeitig kämpfen muss und auch super gut in allem sein. Und Social Media ist da ganz weit vorne. Da muss ich energisch widersprechen. Und bitte kommt nicht dann immer mit diesen Ausnahmen, die Autorin ist auf TikTok ganz groß geworden. Ja, dafür sind aber tausend, die genau dasselbe gemacht haben, überhaupt nicht groß geworden auf TikTok. Die kennt heute kein Mensch. Und der Punkt ist, ich glaube, als Autor, das sind Basics. Und die Basics sind einfach, schreib, damit deine Leser was zu lesen haben, schreib es so, dass deine Leser Gefallen dran haben. Wenn du beides beherzigst, hast du schon mal 80 Prozent der Miete drin. Richtig. Dann wäre das nächste Ding Newsletter. Das ist einfach Leserbindung, damit du Leser informieren kannst, jetzt kommt das neue Buch oder hier ist eine Spezialaktion oder ich danke schön für Losungen von diesem und jenem. Und dann kommt irgendwann Social Media. Und wenn du da noch Zeit und Energie für hast, ist das ja schön. Aber eine Autorenkarriere auf so einer Plattform, die auch jemand anderem gehört, das heißt, jemand anders hat dort die Hoheit. Jemand anders kann bestimmen, dass du morgen dort gesperrt bist oder was auch immer. Deine Karriere auf so einem wackeligen Ding aufzubauen, schreiben hat nichts mit Social Media zu tun. Also schreiben von Büchern meine ich. Tatsächlich habe ich, ich weiß nicht, ich bin ja nicht so ein alter Hase irgendwie, aber ich bin eine ganze Zeit schon dabei und ich kann sagen, ich habe irgendwo in einer bestimmten Zeit auch alles ausprobiert. Habe mir die ganzen Ratgeber durchgelesen über Newsletter und Werbung und sonst Werbung und so ein Zeug und Social Media. Und ich habe einfach nach und nach gemerkt, es bringt nichts, es macht keinen Unterschied, die meisten Sachen. Und mein heiliger Gral ist das Pareto-Prinzip, das hier besagt, 20 Prozent aller Anstrengungen sind für 80 Prozent der Ergebnisse verantwortlich. Die restlichen 80 Prozent der Anstrengungen sind nur für 20 Prozent verantwortlich. Und ich versuche mich einfach auf das zu konzentrieren. Erstens, was was bringt, beinahe noch davor, also das andere zweitens, was mir Spaß macht. Und Spaß macht mir das Schreiben. Und die ganze Zeit, diese Amazon-Werbung, ich habe irgendwann gesagt, ich kette die. Und es ist nichts passiert. Ganz im Gegenteil, meine Erträge sind gestiegen und sogar meine Einnahmen sind gestiegen. Also nicht nur das, was nachher rauskommt, was ich eingespart habe. Es macht keinen Unterschied, habe ich gemerkt. Und bei Social Media genauso. Oder ich habe ausprobiert, ein Newsletter zu machen, in dem ich all diesen Ratschlägen folge, in unterhaltsamen Newsletter zu machen und über dein Genre zu schreiben und dies und das und jenes. Wie lange hat das funktioniert? Ich habe es abwechselnd gemacht. Ich habe es abwechselnd gemacht, um das auszuprobieren. Und ich habe festgestellt, in den Newslettern, wo ich die Leute nur informiert habe über Neuerscheinungen und so was und solche Dinge, die hatten eine wesentlich höhere Öffnungsrate. Die wollten von mir gar keine Geschichten hören. Die wollten einfach wissen, wann kommt ein Buch raus? Wann hast du eine Preisaktion? Was machst du gerade? Ja, okay. Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Weil ich habe auch genau diese Experimente gemacht. Ich habe wahrscheinlich auch ein paar Ratgeber gelesen, identisch zu denen, die du gelesen hast. Und dieser ganze Quatsch. Und dann wird halt, keine Ahnung, Brenton Sanderson als Beispiel raus aus dem Hut geholt, der sich da sehr aktiv zeigt auf Social Media. Und der macht das sehr erfolgreich. Ich habe aber auch den Eindruck, dem macht das Spaß. Das ist ein Teil seiner Autorenpersönlichkeit. Und das ist ja auch alles Feini. Aber ein Teil meiner Autorenpersönlichkeit ist es eben nicht. Und ich habe tatsächlich auch versucht, das mit Zahlen irgendwie zu belegen. Ich war aktiv auf Social Media. Guck mir meine Buchverkäufe an. Ich habe genau nichts gemacht auf Social Media. Guck mir die Buchverkäufe an. Der Unterschied ist einfach nicht vorhanden. Und dann muss ich mir doch nicht von Leuten, die sich als Autor bezeichnen, weil sie einen Ratgeber schreiben, wie man Social Media als Autor machen muss. Und das ist ihr einziges Buch. Muss ich mir doch nichts über meinen Job erzählen. Ich lasse mir das gerne erzählen. Ich lese das durch. Dann hinterfrage ich das. Dann versuche ich herauszufinden, ob die mir da Bullshit erzählt haben. Und wenn sie Bullshit erzählt haben, na ja, dann hat es halt nicht funktioniert. Und ich finde es halt kritisch, dass so viel Zeug im Umlauf ist von Leuten, die einfach nicht das geringste Interesse dran haben, dir damit tatsächlich zu helfen, sondern nur mal wieder eine schnelle Mark zu machen. Tatsächlich, ja. Also wenn man wirklich den Anspruch an sich selbst hat, dass man jeden mehr oder weniger nur abziehen will, ach, also, ach, das ist doch nicht fein. Das ist doch auch kein schönes Lebensgefühl. Also, na ja. Es muss einfach Nachhaltigkeit im Job sein. Und Nachhaltigkeit in deinem Erfolg. Erfolg braucht Nachhaltigkeit. Jetzt habe ich schon da zwei Gedanken gefasst, die ich irgendwo schon fast wieder vergessen habe. Die eine Sache ist die mit diesen, für jeden Ratgeber oder für jeden Weg kannst du bestimmt eine Person finden, eine Person finden, die genau damit erfolgreich war. Es sind aber oft Ausnahmen. Es ist nicht die Regel. Auf der anderen Seite, der andere Aspekt, der mir einfiel zu den Ratgebern und diesen ganzen Sachen ist, ja, du hast recht. Es ist manchmal so, dass die Leute, die diese Ratgeber schreiben, nicht den Erfolg aufweisen können, die ihre Ratschläge untermauern. Da könnte aber ein Grund für vorliegen. Weil die Leute, das heißt nicht, dass die Ratgeber schlecht sind. Denn die Leute, die gut in der Analyse sind und Sachen wirklich sehr klar analysieren und durchdenken, es könnte sein, dass die eben auch einen sehr großen Bedarf dafür haben, zu durchschauen, wie man erfolgreich ist. Du siehst den Space, den ich lasse. Ja, das heißt, du hast zwei Möglichkeiten, das jetzt auszulegen. Eine nette und eine nicht ganz so nette. Genau. Aber, ja, ich, aber sagen wir mal so, es gibt ja auch Werke, da ist weder Kompetenz noch was anderes dahinter. Manchmal ist auch einfach nur eine KI dahinter. Wollen wir mal? Das war gerade ein bisschen unangenehm für uns alle, wenn du auf das Mikro fasst. Sorry. Sorry, super leid. Aber ich bin eh schon halb taub als Musiker. Naja, egal. Jedenfalls gibt es halt wirklich so Menschen, die dann sagen, eben mein Geschäftsmodell als Autor, wohlgemerkt, als Autor, ist es halt, eine KI halt prompt zu füttern und Sachbücher zu schreiben. Und das ist halt, wenn dabei dann rauskommt, zehn tolle Marketing-Tipps für Autoren. Wir alle waren auf diesen Seiten, glaube ich, oder haben mal so ein Buch gelesen, wo sowas drinsteht. Und das ist Bullshit, weil es ist halt einfach zusammengerafftes Zeug von Leuten, die sich weder auch fürs Schreiben noch für sonst irgendwas interessieren, außer, dass sie halt irgendwo auf einem anderen fadenscheinigen YouTube-Video gesehen haben, dass man hier mit KDP jetzt ganz schnell ganz doll Geld verdienen kann und so. So eine verzweifelte Nummer. und meine Frage ganz allgemein ist, braucht die Welt wirklich mehr Bullshit oder haben wir nicht schon genug davon? Haben wir eigentlich genug. Space. Ganz, okay, ja, gut, alles klar. So. Cool. Ja, und damit ist, also, ist eine super Überleitung, finde ich. Das, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen zu Abend essen, Horus. Okay. Aber ich habe natürlich gern noch Zeit, wenn du was loswerden möchtest. Ja, mir ist tatsächlich noch eine Sache eingefallen. Noch ein weiterer Parallel zur Musik. Und da bin ich wieder bei Miles Davis. Ich habe gesagt, mich hat das damals total angeödet, diese ganzen Themen. Tatsächlich merke ich, dass ich solche Tropes oder wie auch immer heute auch aufgreife. und da fällt mir wieder Miles Davis ein, der dann irgendwo gesagt hat, Mensch, es ist eine Kunst, den Leuten zu zeigen, was für eine wunderschöne Melodie One Day My Prince Will Come eigentlich ist. ein ganz abgenudeltes, abgelatschtes Lied. Ja, ja. Aber warum ich, ja okay, es ist nichts, eigentlich ist, kann man alle möglichen Arten von Geschichten zu erzählen, erzählen. Man kann aber auch diese eine, die schon hundertmal erzählt wurde, Boy Meets Girl oder wie auch immer, erzählen und man sagt sich jetzt, ja okay, aber ich erzähle die neu. Ich erzähle die auf meine Art und Weise. Diese Geschichte, die früher märchenhaft vielleicht war, die erzähle ich so, als wären es wirkliche Leute, Menschen, die du kennst, die auch so reagieren und das macht aus der Geschichte wieder was ganz anderes. Dann ist es auch kein Märchen mehr. Dann ist es kein Märchen mehr. Nur noch dem äußeren Anschein nach, weil es halt, weil es halt von mir aus Froschkönig neu erzählt ist. Richtig. Aber halt mit realen Charakteren, die auch dramatisiert sind oder sowas. Oder du nimmst James Bond her und plötzlich hat der Agent ein Gewissen. Das haben sie ja tatsächlich in den Filmen versucht ein bisschen dann zu machen, den neueren. Wobei ich immer wieder sagen muss, James Bond sind für mich maßgeblich die Bücher und nicht die Filme. Ich habe nur zwei oder drei gelesen davon. Also das hat für mich alles deutlich mehr Tiefgang und ist auch interessanter und spannender. Ja, wie so oft. Die frühen Filme sind derartige Eindampfungen und auch so komikhaft schon. Mir gefallen die Bücher einfach persönlich besser, aber ist auch wurscht. Da hast du absolut recht, finde ich. Also das ist auch ein bisschen so eine Falle, dass man versucht, das Rad neu zu erfinden, weil man das für originell hält. Aber originell ist nicht das, sondern originell ist, das Rad auf spannende Weise neu zu interpretieren. Nimm zum Beispiel das Blues-Schema. Das sind dieselben drei Akkorde seit gefühlt 5000 Jahren mindestens sind es dieselben und man kann das halt gelangweilt dahin nudeln, wie ich schon zehntausend Mal gehört habe und dann passiert überhaupt nichts und dann höre ich mir sowas an wie, was weiß ich, ZZ Top, die genau dasselbe gemacht haben auf eine völlig eigene Art und Weise mit einem unverwechselbaren Sound. Sound ist auch richtig. Just a little band from Texas. Genau, little band. Darcy Hill ist vor ein paar Jahren gestorben, glaube ich, der Bassista. Ja, ja. Übrigens, ich finde das total geil. Ich wäre mal wirklich daran interessiert, wenn das jüngere Publikum guckt, schreibt mal bitte alles rein, was ihr noch nie gehört habt. ZZ Top, Mails, die wir jetzt wohl keine Ahnung haben, wovon reden die alten Säcke ja eigentlich. Ja. Egal. Da ist halt so. Wo du sagst, was die Leute aber interessiert, Rad neu erfinden, neu interpretieren. Und ich denke, was die Leute immer interessiert, ist Ehrlichkeit und Authentizität. Dass da wirklich etwas Unmittelbares passiert. Genau. Und das ist auch was, was die KI nicht kann. Ehrlich an die Leute herantritt. Ja, das ist gut, das ist gut. Und ich glaube, Neil Gaiman hat mal irgendwas in der Art gesagt, von wegen, wenn du das Gefühl hast, beim Schreiben nackt die Straße entlang zu laufen, dann machst du irgendwas richtig. Also sehr frei interpretiert. Man guckt das bitte nachher. Ich bin kein Zitate-Schatz in meinem Kopf, aber ich merke mir so ungefähr die Zusammenhänge. Und irgendwie in der Art hat er mal gesagt, es kommt aufs selbe raus. Da gibt es Zitate, was ähnliches. Sorry. Ja, bitte. Es sind beide welche, die gerne viel zu sagen haben und unterbrechen uns immer. Ja, es gibt ein ähnliches Zitat von Elmer Lennart, den ich sehr verehre. Der sagt, wenn es sich geschrieben anhört, schreibe es neu. Genau, wenn es sich anhört, wie Literatur oder wie was geschrieben ist. Wobei das auch mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist halt Elmer Lennart-Style. Nicht jeder schreibt in diesem Style. Aber das ist halt auch das Geile bei diesen Ratschlägen von Leuten, die erwiesenermaßen gezeigt haben, dass sie halt auch das selbst umsetzen und auch können. Also keine Ratschläge von Leuten, die außer dem Ratgeber kein Buch rauskriegen. gebracht haben, sondern Leute, die wirklich aus dem Business stammen. Und du hast das mal gehört als angehender Autor oder auch später. Man ist eigentlich immer angehender Autor, by the way. Ich betrachte mich nicht als ein Autor. Jetzt weiß ich, wie es geht. Alles klar. Gibt es kein Neuland mehr. Da würde ich mir einen anderen Job suchen. Man ist immer irgendwie, man lernt. So, deswegen macht man einen Job. Und auch. Und das Ding ist, du hörst sowas von Elmer Lennart, verstehst vielleicht am Anfang überhaupt nicht, was der damit meint, beschäftigst dich damit, reflektierst es, lässt das in dein Werk einfließen, machst vielleicht mal einen Roman, der übertrieben krass, Elmer Lennart-mäßiger, so knapp, Straße, Gosse-mäßiger Style ist. Dann kommst du wieder aus dieser Richtung ein bisschen raus und dann hast du dich bereichert. Und das trägt alles zu deiner Stimme bei, die dann einzigartig wird. Im Laufe der Jahre. Eben auch nicht bei Buch 1. Ich meine, da hatte ich persönlich bei Buch 1 noch damit zu tun, das Buch fertig zu bekommen. Ich habe daneben irgendein Buch von Stephen King gehabt, um zu gucken, wie geht denn das eigentlich mit einer wörtlichen Rede. Habe ich auch mal in der Schule gelernt. Aber so in der Anwendung, warte mal, kommt das Komma jetzt in oder außerhalb dieser Gänsefüßchen und so, musste ich im ersten Buch echt immer mal nachschauen. Mittlerweile kann ich das halbwegs. Aber weißt du, was ich meine? In den ersten paar Büchern denken wir über sowas nicht nach. Und deswegen, es ist immer gut, so open mind und offene Ohren zu haben, gerade wenn Leute, die richtig gut im Business sind, was dazu zu sagen haben. Oder nimm so jemanden wie James Patterson, der ja so aus einer kommerziellen Ecke kommt. Auch von dem habe ich mir Workshops reingezogen oder von Lee Child, weil die alle irgendwas dazu zu sagen haben. Man darf das nicht als die einzige Wahrheit verstehen, aber es kann einem alles weiterbringen. Und wenn es dich nicht weiterbringt, ja, dann hast du es halt gehört und vielleicht zwei Jahre später denkst du, das hat dir gemeint. Okay, jetzt habe ich es begriffen. Du kannst es ja auch so sehen, dass du es einfach zuerst wörtlich nimmst und dann mit der Zeit begreifst, das stimmt für alle. Aber das ist eben diese Weisheit angewendet auf seine Bücher. Als Metapher. Als eine erweiterte. Stimmt das? In dem Moment, was das für mich einfach heißt, ich muss nicht unbedingt alles wie dreckigen Straßenjob machen. Aber in dem Moment, wo es sich gestelzt anhört, ist was falsch. So hatte ich dieses Disput auch, ein Disput war es nicht wirklich, einfach nur eine Unterhaltung mit meiner Korrektorin. Korrektorin, ich ziehe eine Wiederholung dem gestellten Wort vor, dem Synonym vor. Ich wiederhole mich lieber, als dass ich das Synonym benutze. Entschuldigung. Dass aber dann irgendwo den Sprachstil bricht oder gestellzt wirkt dann. den Sprachstil trinken im Moment. Ja, lass dir schmecken. Prost. Auch so ein Beispiel, also ein Negativbeispiel ist, wenn jemand halt ständig schreit, so Pseudonyme findet, Synonyme findet für Sagen. Statt dass die Leute irgendwie sagen, sagte, widersprach er, entgegnete er energisch und dann wird es auch immer länger und der Trickster einfach der, dieses sagte er, sagte sie, wie, das nimmst du beim Lesen überhaupt nicht mehr wahr und damit entschwindet das. Du weißt aber immer, wo du bist, wer da gerade spricht, alles gut. Das wird ja unterlesen. Aber wenn du ständig ein anderes Synonym dafür findest, dann fällt das wieder auf und reißt dich aus dem Text raus. Und mit Elmer Lennart, mit diesem Ding, von wegen, wenn es sich anhört wie Literatur, geht es dir gut? Nee, ich habe ein bisschen, ich habe einen trockenen Hals und muss mich irgendwie räuspern da gerade. Okay. Ja. Alles gut. Wir wollen nicht, dass dir irgendwas passiert. Nee. Ganz kurz noch dazu, dann sind wir auch, glaube ich, fast durch. Wenn du so schreibst, sei dir dessen wenigstens bewusst, dann wird es ja wieder auf Stilmittel. Weißt du, wenn du jetzt sagst, oh, das klingt aber ganz schön gestellt, du musst es halt noch checken. Und dann liegt es ja bei dir, das drauf zu reagieren, das so zu lassen, das dann abzuändern. Weil nicht jede Figur redet wie Straße oder Gosse. Aber jede Figur redet auf ihre eigene Art und Weise. Und dass zum Beispiel ein Professor, so der typische Universitätsprofessor, deutlich ein anderes Vokabular und andere Satzstellung auch benutzen sollte, als, keine Ahnung, ein Bauarbeiter, das trägt nicht nur zur Charakterisierung bei und das sollte dann auch nicht übertrieben wirken. Aber das wäre auch sinnvoll, wenn man solche Menschen, also alle Arten von Menschen mal in der einen oder anderen Weise hat, sprechen hören. Und jetzt ist der Trick des Autors halt, das nicht eins zu eins wiederzugeben. Das ist nämlich meines Erachtens etwas, wo dieses Elmar Lennart-Zitat oft missverstanden wird. Figuren reden immer noch nicht wie richtige Menschen, auch bei Elmar Lennart nicht. Da ist nicht ständig äh und man fängt den Satz nochmal neu an und man redet parallel über andere. Das ist alles durchkalkuliert. Und der Witz ist, beim Leser kommt es nur an wie authentische Sprache, weil auch beim Lesen gibt es ein Abstraktionslevel. Und das macht das dann schon wieder komplex. Der hat ja nicht gesagt, schreib so, wie Leute auf der Straße reden. Das ist nicht, was er gesagt hat. Aber das muss man erst mal verstehen, den Unterschied. Und da muss man auch mal eine Weile selbst geschrieben haben. Das ist genau, was du sagst. Dass du halt, du nimmst es erst mal wörtlich, nimmst es auf, arbeitest damit und irgendwann später kapierst du, wie es eigentlich gemeint war. Ja, genau. Richtig. Ja, cool. Mensch. So, ich wiederhole meine Frage. Hast du noch ein Thema anzuschneiden? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir ein paar Loops geschlossen, die wir gerade noch einfielen. Ich glaube, das war es eigentlich für den Moment. Wundervoll. Dann würde ich sagen, lieber Horus, vieles, vieles Dank, Alter. Vielen Dank für dieses schöne, unterhaltsame, spannende Gespräch. Es war mir ein Fest. Wie immer verlinke ich dann unten mindestens deine Website, wo man ja dann weiterführendes findet. Wenn du noch irgendwas möchtest, gern verlinkt haben, schick es mir einfach, dann packe ich es da mit runter. Ansonsten gehe ich davon aus, dass unsere geneigten Zuschauer und Zuhörer derartig intelligente Menschen sind, dass sie gegebenenfalls auch mal eine Suchmaschine bedienen können, um mehr von dir zu erfahren. Deine Bücher gibt es bei Amazon. Gibt es die auch bei Tolino? Nee, gibt es nicht. Nee, Amazon exklusiv. Diese KU Unlimited-Lesern, will ich auch die Chance geben, die ganzen Sachen einfach zu lesen und auszuleihen. Da ist ja diese Exklusivität immer hinter. Ich habe das früher mal gemacht, aber inzwischen bin ich rein bei KU. Ja, okay. Also man findet dich bei Amazon und auf deiner Website. Und da gibt es auch, habe ich gesehen, eine An... Tatsächlich gibt es mich in Buchhandlungen. Und im Buchhandel? Nein, ich habe gerade einen Unsinn erzählt. Meine E-Books gibt es nur bei Amazon. Ja, aber die Taschenbücher. Die Taschenbücher, die gibt es überall. Ja, cool. Die gibt es auch in anderen Shops, die gibt es in den Tolino-Shops, die gibt es bei Thalia, die gibt es bei Hugendubel und überall. Eben nur die E-Books, die sind exklusiv für Amazon. Und auf deiner Website findet man aber auch einen Hinweis, was man tun kann, wenn man die E-Books gern lesen möchte, aber nicht bei Amazon ist. Da gibt es ja auch noch Trick 17. Wenn jemand einen Tolino-Reader hat oder so und gibt es da einen Hinweis. Da gibt es einen schlauen Hinweis. Ihr seid im guten Hinweis, ihr seid gerettet. Genau, also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist unkompliziert machbar, dass ihr an die Bücher von Horus W. Odenthal rankommt. Da ist ja, ist ja, da lässt ja nichts auf sich kommen. Da sagt er, wer lesen möchte, dem soll gegeben werden. Ja, genau. Erneut, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du mitgemacht, so lange durchgehalten hast. Wir haben mal wieder auf fast die Zwei-Stunden-Marke geknackt. So ist das halt, Ich habe meinen Gewinn rausgezogen, dass ich eine schöne Unterhaltung mit dir hatte. Es war ein interessanter Austausch. Ich habe es genossen. Ich auch. Ich könnte stundenlang weiterquatschen und andere Themen anschneiden, aber da dürfte vielleicht nicht ein Publikum interessieren. machen wir irgendwann bei einer Messe. Und außerdem falle ich dann um. Guck mal, ich habe schon ganz dünne Oberarme. Ich muss mal wieder ein Schnitzel essen. Okay, alles klar. Ich hatte schon mein Essen eben, bevor wir. Das war schlau. Das war einfach klug. Ich hole es mal nach. Genau. Der hatte aber dicke Unterarme. Ah ja, richtig. Genau, der hatte dicke Unterarme. Irgendwas wird schon wachsen beim Essen. Da gehst du mal von aus. Ja, da gehe ich auch von aus. Sehr schön. Und zu gegebener Zeit können wir das natürlich gern mal wiederholen. Ja. Weil wir haben, glaube ich, noch eine Menge zu bereden. Aber nicht heute. In dem Sinne, lass dir gut gehen. Versacken bei einer Kneipe oder so. Immer auch gerne. Messe. Leipzig bin ich am Start. Super. Bis dann. Okay, bis dann. Lass dir gut gehen. Schöne Zeit. Ciao. Dir auch.